Hallo, hier ist der Martin von Manimankies, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 12.03.2024 und unser DAX brauchen wir hier ein bisschen Anschub, unser DAX brauchen wir hier ein bisschen Schützenhilfe, um jetzt hier weiter rauszukommen, denn wir kommen jetzt hier auf den wichtigen Bereich um 17.800, mit dessen Konfrontation wir ja am Montag gerechnet hatten. Ich hätte allerdings mir das eher auf dem frühen Start vorgestellt, dass wir gleich früh in 9 Uhr uns mit der 17.800 beschäftigen, das hat er nun auf den Armen rausgeschoben, damit bleibt aber alles, was wir im Grunde für die gestrige Analyse gesagt haben, so auch gültig. Also das ist sowohl die Trendfortsetzung, die sich oberhalb der 17.800 aktiviert, als auch eben die Gefahr, die bei einem Abstoß, bei einem Abwehren aus der 17.800 heraus resultiert, insbesondere eben weil wir hier diese alten Hochs haben. Weil wir hier eben schon diese Spitze drin haben, das heißt für alles, was sich dann nach unten raus als Umkehrmuster anbietet, seit es ein SGS ist oder was auch immer, sollte er halt aus dem Bereich dann wegdrehen. Sprich, um das einfach von der gestrigen Analyse nochmal auf die Trans zu transportieren, sollte unser DAX von hier jetzt, von der 800 abgewiesen werden und nun unter die 17.700 zurückfallen, ist mit einem neuen Tief unter dieser 6.20 zu rechnen und dann wird es sehr, sehr, sehr wichtig, wie der Markt dort reagiert. Das haben wir gestern auch schon gesagt, es bleibt aber so gültig, weil das eben jetzt hier noch rausgezogert hat. Sollte er unter die 17.600 gehen, kann er dann hier entscheiden, indem er auf die Linie einmal aufsetzt, die am Abend dann in dem Bereich auch liegt, tatsächlich 600, ob er A, nur den Markt bereinigt und komplett wieder nach oben durchstattet oder dann tatsächlich in eine Trendumkehr geht. Dafür müsst ihr dann ein Stückchen noch tiefer und von unten sich daran wieder abstoßen und nach unten drehen. Das ist ein ganz klassischer SGS-Pattern in der Auflösung. Ist Stand hier aber so noch nicht Thema und so noch nicht aktiv. Das heißt, er muss noch ein bisschen was bringen, um das auch tatsächlich dann zu verwandeln. Und auch dann wird der Markt erst unterhalb dieser Markte wieder ein Short-Markt Richtung 4.60, Richtung 1.60. Das sind dann die Ziele, aber dafür muss er sich klar dann unter der 17.600 positionieren und das auch halten. Im Tagesschart haben wir das gestern auch schon gesagt und bleiben dabei auch hier noch. Wir sind im aktiven Aufwärtstrend. Auch wenn das vielleicht dem einen oder anderen nicht gefällt, ist es einfach Tatsache, dass hier auf der Ebene noch kein Umkehrsignal aktiv ist und der Markt einfach weiter steigen kann. Das erzählen wir hier schon seit Tagen, Wochen, auch wenn da immer einige wirklich sich dagegen dienen und dagegen wettern und sich dann mal wirklich freuen, wenn es dann einen Tag mal nicht so ist. ist es dennoch so, dass der Markt aus einer Erholung raus, wenn die verkümmert, relativ leicht neue Hochs erzielen kann. Das erzählen wir jedes Mal nach jeder kleinen Gegenbewegung immer wieder und immer wieder und erzählen das auch noch so lange, bis der Markt seine Bewegungsphase hier ändert. Das hat er aber noch nicht. Und demzufolge sollte man hier eben insbesondere jetzt vorsichtig sein, wenn der Markt sich oben über 17, 800 rausdrückt, weil er dann eben relativ leicht neue Hochs erreichen kann. Ob das dann eine 29 oder 89 ist, das ist dann letztendlich, ja, was ist das? Schicksal, je nachdem wie viele Short drin hängen, ja, aber das ist dann nur eine Frage der Zeit, bis er dann die eine oder die andere noch abklappert. Also, ich würde aber deswegen trotzdem oberhalb von 800 dem Markt einfach noch diese Chance nach oben einholen. Das haben wir gestern auch schon gesagt, das bleibt auch hier bestehen, denn wir sind noch im aktiven Aufwärtstrend. Und da kann ich auch nur immer wieder das sagen, was wir auch schon oft gesagt haben. Wenn jemand damit ein Problem hat, dass der Markt einem zu hoch ist und man sich hier so fühlt, wie als ist man bewegungsunfähig, weil man sich nicht traut, noch irgendwie mal ein paar Punkte long zu handeln oder so, dann blendet euch irgendwie diese Kurse rechts aus. Dann macht euch das schwarz oder macht da einen Prozentsatz über die Skala oder klebt es einfach ab oder wie auch immer. Aber es ist noch immer ein aktiver Aufwärtstrend. Und das ist kein Grund, sich da brachial dagegenzustellen und immer wieder nur den Kopf dagegen zu halten. Rein vom Timing her, haben wir auch in Webinaren, in den letzten Webinaren besprochen, kommen wir langsam schon in eine interessante Phase, wo sich eine Trendumkehr auch mal abzeichnen kann. Aber es ist immer empfehlenswerter, die Trendumkehr auch dann erst zu traden, wenn sie einsetzt. Setzt hier einer Trendumkehr ein, dann kann die locker 500 bis 1000 Punkte nach unten frei lösen. Erstmal aus dem Stand raus. Das heißt, man muss gar nicht in den ersten 50, 60, 70, 80 Punkten drinnen sein. Es ist manchmal besser, auch vielleicht die ersten 50, 60, 70, 80, 100 Punkte laufen zu lassen, um dann eben auf den nächsten 500.000 Punkten, die dann eben kommen, also 500 bis 1000 Punkte, die dann kommen, da drinnen sich einfach immer mal wieder eine Scheibe rauszuschneiden. Diejenigen, die die ganze Zeit dagegen boxen, wie arbeiten die eigentlich, ohne dass sie das wollen, die versuchen auf Zwang, die ersten 50, 60, 70, 80, 100 Punkte dabei zu sein. Und wenn sie die dann wirklich mal durch Zufall gekriegt haben, springen sie dann nach direkt long rein. Und wenn dann die richtige Rutsche nach unten kommt, und der rutscht dann 500 Punkte, sitzen die dann plötzlich long drin. Obwohl sie die ganze Zeit erzählt haben, dass der Markt ja umkippen muss und short ist, und sie deswegen jeden Tag sich rechtfertigen, dass sie in den grünen Kerzen short suchen, weil der Markt unbedingt rumfallen müssen, und kaum fängt an zu fallen, sind diejenigen long. Und das ist einfach gegen den Trendkandel. Das ist verkehrt. Das ist falsches Vorgehen. Das sollte man so nicht machen. Ja, und an der Stelle deswegen einfach nochmal ins Gewissen geredet oder klar auf den Tisch gebracht, noch ist der Aufwärtsrend aktiv. Das heißt, sollte das nur ein weiteres höheres Tief sein, folgt hier jetzt ein höheres Hoch. Nicht zwangsweise schon zum Dienstag, kann auch zum Mittwoch kommen, aber wenn er es dabei belässt, es wirklich dabei belässt und drückt sich jetzt weiter hoch, kommt hier ein weiteres Hoch. 9,20, 9,80 oder 18,200, da oben 18,190, kann er sich dann aussuchen. Aber solange der dann drückt, drückt der. Das ist dann einfach so. Das können wir uns nicht aussuchen, das bleibt auch so und wird sich deswegen einfach so nahelegt. Okay, verstanden? Das heißt, wir können hier das nochmal festmachen, unterhalb von 17,600 kippt der Markt um, kriegt er eine bärische Tendenz. Er hätte zum Dienstagdurchsatz das Zeug, das da unten auszutesten. Wenn er sich jetzt eben von der 17,800 wegschmeißt, tut er das aber nicht, etabliert sich da drüber, rechnet er eigentlich mit neuen Hochs. Das ist dann nur Formsache. Okay? Gut. Dann belasse ich es dabei, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.